Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal so ein bisschen anders unterwegs. Mega die Allergie und sehe aus wie ausge... I don't know. Und was meinst du damit anders? Oh shit! Ich habe auf jeden Fall auch den Selma von Junggesellen hier. Ich habe gerade das Video geschnitten, was ihr jetzt sehen werdet. Es ist ein 5 Songs, die ihr gehört habt, zusammen mit Astrid S. Habt ihr euch mega lange gewünscht, dass ich das mal wieder mache. Falls ihr nicht so viele englische Videos schaut, klickt einfach mal da. Kann sein, dass ich schon Untertitel gemacht habe. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Video. Noch mal ein kleiner Zusatz, es ist alles sehr spontan gewesen und wir hatten extrem wenig Zeit, das zu drehen. Normalerweise ist da immer ein bisschen mehr Vorbereitung und ein bisschen mehr Zeit drin. Ich hoffe auf jeden Fall, es gefällt euch. Viel Spaß und bis zum nächsten Video, was dann wieder normal ist. Und auch mit Ago dis und so weiter. Aber dafür habt ihr alles keine Zeit. Ciao! So, today we're back with a new episode of 5 Songs you... Oh my god, I usually have a German title for it. Oh, was ist das? It's 5 Songs, die du gehört haben musst. 5 Songs you have to have listened to. Yeah. And today we're gonna listen to 5 songs of small... 3 small SoundCloud artists. And 2 songs of yours. Oh, another small artist. And not as small. We're gonna listen to them now and have fun. It's called Breathe Again. It's from Kuroz. I don't know. Never heard of them. Yeah, that's the point. Let's see how you like it. It's nice, isn't it? Oh, yeah. I just found it today. I had the idea for this video last night. Oh, really? Originally we were gonna make a totally different video. Oh, this is a lot more fun. Yeah, it is. You have good taste in music. Thank you. That's really a compliment coming from you. It is a compliment. That's the best compliment you can get. Super nice. I love you so much. Yeah, me too. Have you met Love before? I haven't. But he's gonna be the first act of my show. He's gonna be the first act of your show? For my show in Los Angeles. Oh, so nice. Are you doing a tour or just a concert? Like a big tour. Okay. In... I'm going to London, New York, and Delhi. How to invite yourself to a concert? When's the London tour? I think it's like by the end of May. By the end of May? Can I come? Yeah, of course. Please come. That would be great. Do you want to listen to the next one? Let's listen to the Mario songs. Yes. This one actually wrote me a mail and sent me his song and asked me if I could check it out. And let's check out how it is. Like I listened to it already, obviously. But I really liked it. Let's see how you liked it. This song has less than a thousand plays. Less than a thousand plays. What is this? What is wrong in the world? Yeah. I hope that you don't change that. Yeah, I love this. It's like... Oh, that's nice too. Hey. Yeah, this is really good. Yeah, I'm feeling this one. Yeah. Really? In there? Not after it's been released. Oh, really? Ich höre viel zu viel, wenn wir die Produktion und alles zusammenfangen haben. Aber wenn es ist, ich höre nicht so viel. Ich liebe es sehr viel. Vielen Dank! Ihr neue Releases sind wirklich sehr schön, Ihr olden Releases sind wirklich sehr schön. Danke! Ich bin so glücklich, dass wir hier und sprechen über die Musik. Deine Lyrics sind immer ein bisschen intensiv oder tief oder emotional. Wie wahr sind sie? Wird wahr? In einer Weise, in der ich mit mir relatee. Oder wie mein Freund hat es erlebt. Oder ich sah es in einem Film. Du hast jemanden mit dir auf einen Weg. Das ist großartig! Das ist toll! Das ist das, was ich liebte von Troja so lange. Jetzt ist es das gleiche journey. Ja, das ist das gleiche. Das gleiche. Vielen Dank! Das ist ein great Compliment. Vielleicht die beste one I've ever gotten. Eine der Top 5. Erinnern mich. Ja, erinnern mich. Kann ich ein bisschen Background Noise? Du willst du listenen? Ja! Ja, ich liebe diese Releases. Danke! Ich habe es gehört. Ja, ich habe es gehört. Danke! Danke! sie haben ihre attention, sie brauchen ihre Hilfe und Unterstützung sie müssen sie größer werden und dann sehen wir uns in der nächsten Video das wird wahrscheinlich in Deutschland sein und ohne mich, aber vielen Dank! Du bist willkommen, vielen Dank! Vielen Dank! Tschüss! Das war cool! Ja, war es? Ja, aber es war wirklich komisch! Ich bin einfach nur so, aber es war wirklich komisch. Ich bin einfach nur so, aber ich habe gesagt, ich habe eine Frage in der Zeit. dass ich ihn mit seiner Säge nach Militär mit seiner Säge nach vorne noch so differentieter und der noch mit seiner Säge nachdenke mich. Aber ich habe es so, ja.